Hallo, hier ist Schein am Link. Wir spielen GTA mit der Annika, die da mitspielt, da, hier. Hallo. Ich werde zwar wahrscheinlich verlieren, aber... ...dennen wir es einfach mal so an. Ja, das wird die erste Folge GTA sein, auf ihren Wunsch übrigens. Die Hupe habe ich gestern so oft gehört. Ich mach dich fertig. Ja, und das weiß ich auch. Tschüss. Tschüss. Sie will nicht ohne den Zentoren und das ist ein bisschen leichter für mich. Ich verschlange ihn. Jetzt reicht's. Ich kann ja nicht einfach so gehen lassen. Das wäre doch langweilig. Ja, lol, wie sieht der an mir vorbei? Was hat denn der für eine Beschleunigung? Alter, ist der Getschirm? Keine Ahnung. Hat der einfach so ausgewählt. Ey! Tschüss! Okay, das war jetzt voll fies von mir. Okay, was? Aber es war ein, ich soll nicht sein. Keine Angst, das ist meine Mehrheit. Wie gewillt ich immer. Ich weiß. Okay, das war gerade Fust, Hust, aber... ... Wie geht's? ... ... das Auto hat schon krass geschlagen und da kommt mein Centorno grad momentan gar nicht mit, aber ich hab nen guten Start hingelegt, naja egal. Ich muss dazu sagen, ich hab GTA erst vor ein paar Wochen gekauft. So ein, zwei. Ich kann immer noch nichts. Doch, ich wohl schon. Aber ich glaub deine Geschwindigkeit ist höher. Keine Ahnung, mein Centorno nicht. Du hast keinen Plan, wie man richtig fliegt. Wie gesagt, ich bin neu in GTA. Scheiße, mein Auto dreht sich. Nein? Ah, aber ich hab Mario Kart gespielt. Ja, Mario Kart hab ich auch gespielt. Ich hab so recht zuerst an Andreas gespielt. Warte, wie alt bist du noch mal? Warte, wie alt bist du noch mal? Ich, ja, flüchte. Ja, einer, ja, äh, 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 trotzdem schon so. Scheiße, wann? Nur Auto, armes Ding. So, da haben wir das. Engel��Hack – lime, gruschen. Genau, gears und joining. St du Creator – beim Trending, magic? Ja, gut. Jetzt hab ich das jetzt in Kanzler schon auf meinem Liedfest huw dangert. Ich hab ich das auch geliefert. Ich hab dann nur zu Meck, ich hab das zu Gast in ding aus Fabrisch gesprochen. Ich hab dann auch die Kommечquart. Also mein Skill in Anführungstechnisch ist mal wieder genial. Ich glaub du bist grad ein bisschen sehr viel am Schaffen da, ne? Ja, ich bin einfach runtergefallen. Ja, okay. So kleine Randinfo, die ich glaub ich Annika selbst nicht erzielt hab, bin ich mir grad nicht sicher. Ich hab mir GTA nur wegen ihr, damit ich wieder was mit ihr machen kann. Weil sie spielt ja kein Minecraft mehr und so. Oh, ne Kraft! Tschüss Leben! Ziele eingedriftet! Und Null! Ja, gleich! Ich hab ihn nicht mehr! Wenigstens noch den Zielpunkt gesehen, wenigstens das Ziel noch gesehen! Ich hab genau ne tausend Punkte bekommen! Ich hab mal eine Bildgitarre drin! Warum hab ich das drin? Nein, 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 nein! Das darf mir sein! Du bist nur ein Post! Nächstes Rennen! Ich wäre für... Ich hoffe, das ist ein super Sportwagen! Ich glaub ich hab ihn nicht voll verkackt! Naja... Naja, egal! Das ist toll! Zum kurzen Sinn, Lobby mit anderen! Ich hasse das dann so krass! Und? Weißt du was ich hasse? Weißt du was ich hasse? Das ist mir grad hier so am... am Arm irgendwie weh tut! Super Sportwagen, aber ich glaub nicht, dann komm ich gegen Level 100 und 200 nicht an! Okay. Ja! Der ist dass jetzt so sehr nicht so explanation gehen! Und wir sagen dann! irgendwas wurde der Das heißt, ich habe einfach was so einmal verdient! Ich... Ich will keine Rolle! Da weißt du was? Ist das denn das entspricht? Nossa! Alle... Umge Farewell. Jetzt Alm. Ist es alles du so? Ja! jetzt gehen und wie geht es um mein Leben die Schrift als erzielt als erzielt aber so ist es so schön Scherz-Sendung das ist ein paar ein paar er hat gesagt dann ist und ich hätte ich will es ist die Maschine das heißt in Ordnung das ist nicht alles, oh Gott, wieso haben die alle dieses Auto, oh Gott, ich Scheiße Oh Gott, ich hab mich aufs Dach gelegt, geht das? Ich hab dich gesehen Ja, aber oh Mann, ich hab's hier schon voll Ich hasse es so sehr Ich weiß nicht, wie ich's kriegen, aber ich war grad auf dem vierten, äh, auf dem dritten Mann, wie geht das? Ich auf dem Letzten, das tut so weh Äh, wo sind mich hier gelandet? Ich kenn die Stadt gerne Ich kann's auch nicht, wenn ich mir trotzdem auf Platz vier Oh, nein, 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 nein Das nächste Mal das Kirsch wie bei Mutter zu fahren Das mach ich immer wieder, deshalb bin ich eigentlich so schlecht Oh, da hat sich wieder selbstgemacht Oh, der ist nur noch gefahren Hallo Oh, Scheiße, 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 Scheiße Habt sich grad gesehen Ich krieg ich nicht nen Anfall Äh, Anfall Wollt mal, wer hinter dir ist Wofür schägt er mir? Oh, ich muss das wissen Ich war's Irgendwacun bei mir an der Wand fetten, da er komplett verkackte Prozent diese Verkack ich nur gerade alles er ist froh dass sie nicht das gleich macht bei kein Schimpfwörter Felsen für die Strasse die Runde die St das ist nicht traurig zu werden diese kann ich nicht fahren Manchmal schießt das Schicksal einem in eine Kugel so richtig schön wie ich treffe. Nur um dich zu ärgern. Fünftige Hohenmanöver, toll. Wirst du füllen? Bist du gerade rausgefallen? Ja. Okay. Zufall, der erste Platz hat meinen Namen, also Jan. Er hat die Sirene dahingestellt. Wirst du in die Sirene so fahren? Ja. Vorher gibt es erstmal Licht ausgemacht. Strom sparen und so. Na Gott, sind eure Runden? Na ja, vielleicht kann ich auch fahren. Wir nehmen das ja am Sonntag auch. Ich habe gerade den Rangball geguckt, dann Annika geschrieben, weil ich sie auf Skype gesehen habe. Und ja. So, bin ich aus dem Spiel gegangen? Wie bitte? Ja, bin ich auf dem vierten. Bin auf dem achten. Ich bin vom vierten auf den fünften, vom fünften auf den vierten. Der Witz dran ist, ich bin nicht letzter. Und einer hat sich trotzdem verbessert, der 200er. Der 200er ist letzter und hat sich trotzdem schon verbessert. Mann. Mann merkt man, dass das ein Modal ist. Dann müssen wir doch noch gucken, aber die ersten Modal, ich glaube ich nicht ein. Hier ist noch eine Sirene. Josy, ich weiß, dass du das sehen wirst. Ja, mein Kanal bleibt kinderfreundlich. Keine Schimpfwörter hier. Oh mein Gott, ich kriege ich echt einen Anfang, so fahre ich hier immer auf den Wänden, das passt so an. Das hat mich ja davon, so ein Blau, so ein Tornel, aber, ey. Na ja. Ich würde mir jetzt auch einholen, ich hatte ja jetzt so eine White Shark, glaube ich war das, Kershpalt, wohl gehabt und war. Den Ruhmrodis. Das mache ich hier, erst mal direkt ins Wasser runtergesprungen. Ey, ganz ehrlich, es dreht mich und ihm gleichzeitig und er kriegt sie zu springen. Ich mach' nicht, Schüt. Das Radio erst mal ausgemacht, ohne es zu merken, dass es überhaupt an war. Ich krieg' nen Anfall. Auch dann wird dabei keine Schimpfwörter sagt, es ist alles gut. Oh mein Gott. Der kann auch nicht helfen. Sonst wäre ich nicht auf dem achten. Wer das Video sieht, wird vielleicht gemerkt haben, falls ihr das bis dahin gemacht habt, dass ich meinen Namen geändert habe, Sans Shine, also, so wie ich da oben heiße, ungefähr. Oh, ich hab meine Person nicht bestleistet. Das liegt daran, ich mag Undertale. Ich mag Anime. Ja, du kriegst deshalb ja auch eine Anime-Time. Weil unter uns ist das, also jetzt mein Kanal und hier, ist, merkt man, dass ich nur Dragon Ball schaue. Da kommt keine Antwort. Ach komm. Ich lege da auf dem Dach und komme nicht weg, bin ich auf dem letzten Lockergedacht. Ey, ich krieg einen Anfall. Ne, der letzte verbessert sich gerade. Ja, bis zu welchem Platz geht es? Weil viele sind ausgestiegen, soweit ich weiß. Also, 10. Platz ist der gerade der letzte. Immer noch? Ja. Wir haben noch 6 Minuten, Scheiß. Also, ich bin auf dem 9. Dann habe ich noch. Jetzt bin ich auf dem 10. Und der da verbessert sich immer noch. Boah, ich steck mir. Das nervt nicht gerade so sehr, weil ich es so hart abkacken. Ja, Herr, da ist ich nicht. Ich war gerade kurz auf dem 10. Platz, der übrigens sich gerade irgendwie teleportiert hat. Axt. Axt. Axt, einfach haxt. We. Ich bin echt am Eischen. Die stimmt daran, weil ich kein Vollbeton habe. Und warum hast du kein Vollwind drin? Naja, das ist immer wieder so ein typischer Gamer, äh, so eine typische Gamer-Ausrede. Ich werde das dann alles früchte beenden, beziehungsweise nicht beenden. Oh, scheiße. Ich bin neunter. Oh, ich seh es nicht ein, jetzt noch 10 Sekunden werde ich es eh nicht schaffen. Oder vielleicht doch, oh mein Gott, ich beende das Rennen, vielleicht doch. Oh mein Gott, ich hab's letzten 4 Sekunden beendet, ich hab's letzten 4 Sekunden beendet, oh mein Gott, bin ich gut. Man sieht einfach den Boden mal des Autos. Oh mein Gott, ich hab's beendet. Ich nicht. Ich hab's geschafft in den 4 Sekunden. Ja, wenigstens das eine hier halbwegs glücklich. Das müsste ich eigentlich, glaub ich, zensieren. Mann, das ist aber scheiße. Äh, werde ich das zensieren? Was ist das Wort? Nein, ne, Scheiß gibt's bei mir auf dem Kanal nur. Okay. Ähm, was ich mich jetzt fragen krieg, ist, ob ich seine Siegerpose da jetzt, äh, werde. Ja. Werde. Ich will nicht mal nur gehen, das ist ein freier Modus. Ich hab' gewonnen. Wir müssen ja alle eine neue Lobby suchen. Drei sind schon. Drei sind schon. Und ich guck mal, ob ich meine Flasche hier vorne abgestellt hab, mit dem Licht von der Maus. Da ist mein Creeper-Rucksack. Da. Ich schreib mal in der Mathearbeit. Ich hab' heute PNB bekommen. Also, ist Freitag. Ja. Ja. Ja, Henni, schön, dass du dich auch mal zu Wort nennen, äh, zu Wort meldest. Aua. Oh, mein Handgelenk. Ich glaub, ich musste damit mal zum Arzt. Hm. Komm zu mir. Ich mach's dir auch kaputt. Dann kannst du zum Arzt. Ha. 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 Ich hab's dir jetzt noch mehr kaputt machen. Ha. Ich hab' jetzt zu lange. Ha. 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 Es läuft gerade Disney Channel. Es ist Sonntag, der 22. Oktober, 21.14 Uhr. Die Szenen da verstört mich irgendwie, auch wenn ich keine Ahnung hab, was die sagen. Und ich bin irgendwo mitten irgendwo da, wo ein Fluss zu sein scheint. Leute. Bei mir in der Nähe sind zwei Leute. Wie geht's? Ah, du bist sogar relativ nah bei mir. Naja, egal. Zuerst muss ich in meiner Option die Grafikeinstellung wieder so machen, dass ich ein Vollbild hab, dann kann ich besser Auto fahren. Haha. Ich hol jetzt meins Mechaniker und lass mir eins Auto bringen, falls nicht noch eins. Nein, 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 ich hol dich ab. Ja, sowieso 75% meiner Autos kaputt. Und das Schlechteste ist das Letzte, was übrig ist. Warum verkaufe ich die eigentlich nicht? Ich tu dich ab und okay, dann kann ich nur mein Auto. Ja, geben Sie Ihr Bestes mir, egal. Cintorno. Hier steht ein Auto. Hast du eigentlich noch den Roller? Den Roller? Den Wandfahrroller? Ja, den hab ich noch. Ja, den Roller hab ich halt wirklich irgendwie so einem Charakter geklaut, das war so eine Omi oder so. Ich bleib mal da stehen wo du jetzt bist. Ne, ich glaub im Kreis. Wer mir gerade zugehört hat, weiß woran mein Aussehen angelehnt ist. Nur die Hose hab ich ein bisschen verkackt. Die Haare muss ich noch abbasieren. Scheiße, ich hab falschen Radiokanal dort. Na, wieder. Ich hätte vielleicht doch lieber mein Offroad nehmen sollen, erstatt mein Zentrum noch. Naja, egal. Au. Annika fährt noch den Weg. Oh. Ich glaub du wirst mich hier töten, ne? Ich kann mir jetzt ein Boot kaufen. Also, ein Ausleihen von Lester da. Was kannst du dir ausleihen? Ein Boot. Nein, tust du nicht, weil ich komm grad mit dem Auto. Ja, ich fahr ja auch übern Land. Oh mein Gott! Warum kam da grad ein Polizeiauto den Berg hoch? Äh, keine Ahnung. Nein! Ich hoffe jetzt so. Annika, keine bösen Wörter. Komm mir leid, da war so ein kleiner... Bitte untersteh dich. Er hat mein Auto in die Luft gespielt. Annika, das ist nur ein Spiel. Fahren wir morgen oder so noch ein paar Rennen, dann ist das Geld wieder drin. Ne, er muss es ja zahlen, aber... Trotzdem ist das Geld dann drin. Das ist mein Zentorno. Bei meinem Zentorno bin ich sehr, sehr, sehr empfindlich. Da ist noch einer auf deinem Weg und aus dem Lauf bin ich dir grad entgegen. Ach ja, die Mütze müsste ich auch absetzen. Für die Polizei. Hier kam dann wirklich die Polizei entgegengefahren. Ohne mich aus Versehen auf das Dach von... übers Dach von ihnen gefahren und dann hat sie mich plötzlich aufs Dach gelegt. Das ist ein Auto. Ich hab ja blöde Spieler mit dem... mit dem, äh, Ding abgeschossen. Mit einer Haftbombe oder so. LOL, die blöde mich einfach an. Ich hab drei Sterne. Ja, ich bin kaputt. Deshalb sollte ich niemals den Leuten helfen. Na ja. Weißt du. Seh dich. Ich komm runtergelaufen. Warte, 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 warte. Guck mal, ich zeig dir meine Lieblingswaffe. Tadda. Tadda. Ich bin Meisterschätze. Ich hab auch so etwas. Du brauchst du nicht. Ich will auch. Ich glaub mein Ausdauer ist auf dem höchsten Level. Ähm, Moment. Oh, ich freu den Bergrotter. Ich freu den Bergrotter. Ich freu den Bergrotter. Und wir nicht. Wenn man jetzt bedenkt, was du mir mal erzählst. Ey! Ey, hör auf der Wiss. Lass das sein. Machst du auf der Wiss? Ja. Du hast geschossen. Du hast angefangen. Ich hab vorbeigeschossen. Ich mach mir ja normalerweise nicht so sowas, aber... Das musste gerade sein. Oh, dieser blöde Wichser. Sorry, aber... Ihhh. Der will mich töten. 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 Oh. Oh, ich bin tot. Ich bin den Berg runtergerollt und so wirklich gestorben. Das ist wirklich so richtig coole Lebensgeschichte. Und du erzählst so den Kindern, ich bin den Berg runtergerollt. Und dann starb ich. Vor allem, wenn die da fragen, Hä, wieso bist du denn Marie? Hä, lol, wo seid ihr? Ups, komplett... Lol, komm mal ganz kurz nochmal her. Wo bist du? Der, ähm, ja. Ja, ich bin die da an der Bahnschiene. Was soll ich versuchen? Der Typ ist aber auch schon... Ah, warte, das ist eine von den Personen, die einen solch nicht abfucken wollen. Ja. Oh, diese Leute hasst sich mit dem Fest. Oh, wenn mal jetzt die jetzt kein Englisch können. Ich laufe mal den Berg runter. Kann man das auch sprengen? Ich brauche ein besseres Visier. Ich finde die Person... Ich brauche ein Nachtsichtgerät. Fuck. Kann man sich irgendwie ducken? Ah, da ist er. Bleibt er stehen, bleibt er stehen, bleibt er stehen. Kann man sich irgendwie ducken? Kann man, glaube ich, ja. Ihr, die fahren schon wieder zu mir, oder? So kriegst du das Ball raus, dann ist alles gut. Nee, oder? Ich laufe, ich roll jetzt auch den Berg. Mach ich nicht doch mal einfach stehen, Blumen. Kimlasala. Ich will auch den Berg unterrollen. Oh Gott, oh Gott. Bahnschiene, Bahnschiene, Bahnschiene. Ein Zug, da kommt ein Zug. Wo ist Zug, wo ist Zug, wo ist Zug, wo ist Zug. Ich bin auf einem Zug. Woll, oh Gott, wohin. Öh, Scheiße, Scheiße, Scheiße. Au, 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 au. Und ich laufe jetzt zurück. A Bitch, schon wieder verlinkt. Und zwar nur durchs Berg unterlaufen. Oh, das ist ein Bunker, aber das leider nicht meine. Sehr authentisch hier, haha. Ouh. Mach's glücklich. Kölnmaßmännchen und es wird kaotisch Prozent erdacht es bestätigt die Gelds das war ein bisschen man ich bin hier gerade wie bei Sonnen bei einem Zugverfolgungsjagd die laufen auch immer so auf dem Dach wie ich der ist einfach gerade vom Zug gesprungen ich hab die Tastenzeuge gefühlt seit einer Minute nicht mehr gedrückt gehabt aber dann denke ich nur so ich bin weg da ist Armdrücken wo bist du gerade? beim Armdrücken oder auf dem Weg dahin kannst du doch auf der Garte gucken ich hab doch diesen komischen Strich da mit bei hä wo bist du? ne die schießen mit irgendwas ich hab da auch der hat da den Punkt halt wo ich ihn habe warte irgendwo hier dürfte ein Waffenladen sein ok warte ich komm zu dir noch mit der Armdrücken und fahr erstmal den Baum hoch ähm muss jetzt erstmal zum Waffenladen ich brauch neuer Haftbomb und neue Munition für meine Raketenwerfer mit dem und die den 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 Wer? Die Leute! Aua! Aua! Da war der Auto. Ich hatte gerade einen Unfall hört auf mich an zu rufen. Falls ihr euch fragt, wo ich ein Mädchen wie sie kennengelernt hab. Ich weiß es selbst nicht mehr. Meine Kraft. Weißt du? Ja, ich hab dich auf Minecraft angeschrieben und wollte fragen, ob du Skype hast. Das hab ich früher die ganze Zeit gemacht und irgendwie random Leute angeschrieben. Hab gefragt, hast du Skype? Nein. Da sind wir ja schon mal zwei. Was ist das da? Ich glaube, das hat man hauptsächlich nur Jungs angeschrieben, weil ich hasse es, wenn irgendwie Mädchen dann sagen, ja, guck mal, ich bin so voll die tolle Gamerin. Und dann bin ich mir so, aha. Nur weil du Minecraft hast. Ich bin keine tolle Gamerin, weil ich San Andreas habe oder wie. Ja, sieht ja auch schon mal irgendwie cool aus. Also insgesamt finde ich dich ganz toll. Ja, ja. Hallo. Sehr. Mir wurde gesagt, gibt's irgendwo so ein Fanrohr haben will. Äh, für was fehlt mir dann noch Munition? Kann ich da was besser machen. Besseres Ziel-Fanrohr, geschnitzter Holzgrill. Schaffschützen. Kann ich da noch was kaufen? Eh. Ja. 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 Ich habe noch mal in keinem Ding. Was ist sonst? Ist jetzt zu wenig so hoffnisch. Doktisches Lichtschalter, hab ich, ja, jetzt hab ich, jetzt hab ich was Unnützes gekauft. wie hier gut ziehen Prozent Atemgerät braucht es ich brauchen Nachtsichtgerät es erster jetzt so 3 weiter auch in gädigemann ein weiter ein breiter neben dem kürzeln ist ein paar er ist okay um es ist was soll es sein darf damit Das war nur ein Warnschuss. Okay, okay, ich hör auf. Ich lass dich in Ruhe. Komm, steck auf. Ja, bei Annika. Ja, Leute, ihr merkt, ich mag sie so. Ja, ich mag sie sehr. Marvin, du hörst die Fresse, danke. Wo willst du hin? Let's see that really. Los. Wolltest du nicht zum Arm drücken? Nee. Ich hab die Alarmelage eines Autos eingeschaltet. Warte mal. Du bist so dumm. Ich hab die falsche Alarmelage ausgeweht. Warum? Tut mir leid, ich will die Haftbomben auswehen. Wolltest du in die Zaun wegspringen werden, wenn wir fahren. Ich geb dir gleich Haftbomben. Ah, die fehlen mir noch. Jetzt weiß ich, was mir fehlt. Und was? Haftbomben. Ich hab nur noch eine. Das ist jetzt, wer die ist. Random Autos kaputt machen. Warte, warte, warte. Aber das Motorrad steht noch. Jaja, das ist doch funktionsberecht. Warte, bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen. Ich will kurz was gucken. Ich will kurz gucken, ob das geht. Ups. Warte, falsch. Ich war falsch. Ich hab das falsch. Ich hab das falsch. Ich hab das falsch. Ich bin ernst. Ich bin auf G gekommen, tut mir leid. Hab die Finger immer so. Wegen dir hab ich keine Haftbombe mehr. Das Monster Truck. Das Monster Truck. Aber ich hab wegen dir meine Haftbombe verloren. Monster Truck. Sowas hab ich noch nie gesprengt. Nein, nicht das Auto. Komm zu mir. Komm kurz her. Komm mal kurz her. Ich will nicht ganz kurz mit dir. Mit dir, mit dir. Uff. Ich bin gerade über mein Motorrad gestolpert. Ich bin gerade erst über mein Motorrad gestolpert. Hör auf, damit. Hör auf, auf mich zu zählen. Okay. Landesfeuerwerk. Komm mal da. Oh, boi, boi. Foi, boi. Ich bin nicht so gut, das ist ein Feuerwerk. Ich stelle dir das, wenn ich drauf schieße. Was? Und da steh ich nicht auf die Tagstelle. Nein. Und das? Ja. Bum, bum. Wieso hab ich nur einen Stern? Wer hat hier gerade die Tagstelle in die Luft? Wie die haben wir einen Stern? Nein, Annika ist nicht aggressiv. Nein. Ich muss es gleich wieder zum Waffen laden. Ich habe keine Raketen mehr. Polizei, lass mich nur mal, lass mich nur mal, lass mich nur mal, lass mich nur mal. Ich hab dir nichts getan, Polizei. Soll ich dir helfen? Nein. Ich versteck mich in einem Haus. Hier werden sie mich hinfinden. 5 Minuten später. Wir haben dich. Haha, da sind wir vorbeigefahren. Hahaha. Oh, die haben wir verloren. Oh nein, oh nein. Ziggen aufloot. Ziggen aufloot. Ziggen aufloot. Scheiße, 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 scheiße. Komm mir ja nicht zu da, wenn sie mich wegen dir finden. Du bist so, okay. Guck mal, das ausbrennt. Ja, Waldbrand. Waldbrand. Ja, ich hab keine Polizei mehr. Lester, kannst du mir mal helfen? Nein. Lass mir ein Auto kaufen. Oh nein, ein Motorradverkauf. Haha, Entschuldigung. Nein. Haha, du wirst sterben und ich nicht. Nicht, wenn ich zuerst am See bin. Polizei, soll ich euch helfen? Will doch mal schneller, Mann. Alter, das Spiel will mich verarschen, kann das? Ja, ich hab's halt einfach aufgelegt. Ich hab's halt einfach aufgelegt. Oh, ich bin gleich wieder beim Links. Das war total angesagt. Alles schreitend. Das ist so, dass nicht immer. Jo, das hat... Geh mir das auf. Müroll. Oh, Mann, das hat... Oh, nein. Ja, meine Tür gibt es nicht mehr. Ähm... Ich stelle ein Truck auf einem Pünktzei-Auto. So ein bisschen. Ich lasse ihn mal an. Du, Junge. Sehr ruhig. Du, äh, komm noch kurz, lehre ich. Tu dir ganz speziell. Dommel. Jetzt hab ich gar keine Türen mehr. Jetzt komm' auf. Hey, ich helfe dir. Ey, ich überfahre nicht, will dir helfen. Der Ernst? Ich springe halt gerne Dinge in die Luft. Oh, ich hab' vier Stellen, ich hab' vier Stellen, ich hab' vier Stellen. Jetzt komm' rein, ich kann dir doch helfen, Mensch. Ich hab' keinen Reifen, ich hab' keinen Reifen. Kommen Sie jetzt doch einfach her, Mensch. Ja, wenn... Ich muss doch erst mal umdrehen. Das geht doch leicht. Ich achte, ich versuche, wenigstens auf die Verkehrsregeln zu achten. Bitte, Läster, nimm jetzt ab. Oh, mein Gott. Er mag dich nicht, er mag dich nicht, er mag dich nicht. Ich hab' schon wieder still. Stell am Schluss. Koerz , klar, komm' noch. Komm' an, komm' an. Komm' an, komm' an, halt' an, halt' an. Halt' an, halt' an, halt' an, halt' an. Oh Gott, bist du doch. Tut mir leid. Und ich schätze jetzt ganz schnell, ganz schnell schmerzfrei. Ich werde nicht so schnell hoch. Und ich gehe wieder schnell kaputt. Los! 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 Los, los! Na, ohne Treue Raketenwehr, ist leer. Nein, doch nicht so. Hallo, tötet dich doch selbst, Mensch. Nein, nicht mich erschießen. Ich werde es jetzt dann selbst machen. Nicht töten, indem ich guck, guck, guck. Also hör auf, auf mich zu schießen, Mensch. Ich habe nicht mehr Fehler in dem Leben. Hey. Du. Meinst du, du kommst gegen meinen Scharfschützen, ihr wer an? Ich gehe jetzt Spongebob besuchen. Der tut der Joggen. Ich will es tauchen. Ich tauche mal kurz aus dem Wasser auf. Ich wollte aber Spongebob besuchen gehen. Tauche mal bitte ganz kurz auf. Okay, ich tauche wieder auf. Erfst du, dass wir länger mal haben? Ich gehe noch. Ich gehe jetzt Spongebob besuchen. Tschüss. Ey, hör auf du mit. Hier ist sogar was Gelbes. Ah ne, das ist nur Patrick. Hey, komm mal kurz her. Ich habe ein Geschenk für dich. Machst du Bogen? Hast du wieder Polizei? Wieder? Ich habe immer noch. Komm mal kurz her. Was hast du da gemacht? Hast du dich getötet? Nee, das Wasser wird jetzt nur rot. Mann, hör auf. Geh jetzt doch weg, Mann. Oh, Mann. Nein, geh doch weg. Nein, bleib mir weg. Ich habe dir nichts getan. Dann hast du keine Sterne mehr. Ich beobachte dich doch nur, weil, dass ich dich gerne sehe. Wie? Bist du wieder am Land? Nein. 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 Nein, nein, nein. Kleine, sture Annika. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hör auf. Hör auf. Dann auf mich schießt. Dann entschlack ich dich. Komm hier. Komm mal, ich tue im Sand schwimmen. Lol. Nein, hör auf. Hör auf. Hör auf. Ich habe das Wagen. Ich magst du Minigolf. Ich mag dich. Magst du Minigolf? Ich zeig dir mal, was ich mag. Magst du Minigolf? Das hier ist mein Kriegsball. Magst du Minigolf? Aua! Warte kurz. Ich habe wirklich eine tolle Idee. Oh, das sieht man nicht. Ich habe einen Sand zu fließen. Hedger. Ey, Junge. Ich war da voll beschäftigt. Ey, du bist so fies. Ganz ehrlich. Auch ich muss manchmal fies sein. Das ist natürlich nicht schief. Du hast recht. Nur ich darf das. Ich wollte aber gerade meine Haftbombe zünden. War voll Absicht, weil du auf mich eine Haftbombe geworfen hast. Ja, aber ich habe sie nicht gerade gezündet. Ich bin ein Sprengmeister. Ich bin ein Sprengmeister. Ist ja schon nichts Neues mehr, dass ich doof bin. Wieso gerade heißt, ich kann wirklich selbst in die Luft gesprengen? Ja. Sag doch, ich bin Sprengmeister. Meine Explosion zerszeugen braucht man erst das da, dann wurscht man es und dann drückt man den Knopf. Nein, nein, nein. Oh, ich habe mir doch viel Wasser gekauft. Oh, komm. Das ist zu ungenau. Ich könnte jetzt G drücken. Du, ich war nicht. Was, ich wollte nur so einen Power Ranger-Move hinlegen. Genauso wie ich letztens in diesem RPG gegen diese komischen fetten Autos da. Da bin ich auch immer so gefahren. Komm, komm mal kurz her. Ja, lass mich das mal kurz erzählen. Da bin ich immer so gefahren. Nein, nein, nein. Und es hat immer direkt hinter den Weg ist, bitte. Nein, nein, nein. Aus. Fui. Ich komme, der wird nicht. Du, du. Ich drücke erst, wenn es dich nicht mehr treffen kann. Siehst du? Das ist mal nicht, was du fährst. Ey. Ich will doch nur einen Power Ranger-Move erstellen. Ich hoffe, die werden jetzt nicht meinen Chat verlaufen und die analysieren. Wenn ja, dann bin ich nämlich kaputt gemacht. Halt, Schatz. Dann bin ich nämlich kaputt gemacht. Oh nein, ich glaube, das haben die jetzt garantiert gesehen. Cameron, bitte mach mich nicht kaputt. Das ist ein Hydrant. Ich muss den kaputt machen. Warte. Ich helfe dir. Was ist dein Lieblingsspiel? Ähm. Ich meine so mit, 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 mit Schlägern und so. Meinst du es Baseball? Guck. Ah, schlag doch mit dem Baseballschläger zu. Wisst ihr gerade, wer online gekommen ist? Wer? Der unglaubliche Fat Man. Was? Ein YouTuber in meiner Beschreibung. Ja, ich, ich, alles klar. Ich will nur meinen Kriegsbeil haben. Guck mal. Das funktioniert aber nicht. Ey, hau, du bist. Ich bin nicht aggressiv. Ich hab genug gefinst. Ein Weitstrecken kaputt, mach Schuss. Warte mal, warte mal, bleib mal stehen. Ich will wissen, ob ich treff. Okay. Nein. Aua! Aua! Das ist nicht fair. Na klar. Was mir Aua macht. Oh, jetzt bin ich traurig. Komm mal kurz. Ja, ich, ich wähl die MP aus und was, was passiert. Der nimmt einfach das, äh, äh, Dingsgewehr in die Hand. Ja. Der nimmt einfach mein Kriegsbeil in die Hand. Hautig bin ich gerade nicht auf, äh, Tab gekommen. Ey, hör mal auf damit. Ich hab keinen Bonbon mehr. Ich will dir ein Geschenk, äh, zeigen. Ich hab nur noch das hier. Guck mal. Ich hab dir nichts gemacht. Normalerweise würde ich's ja mögen, mich, äh, dich zu... Dass du auf mich zuläufst, aber... In GTA sieht das ein bisschen anders aus. Warte mal, bleib mal ganz kurz stehen. Okay. Androsi, halt den Mund. Ich bin Pazifist. Ist nur ein Spiel. Nur ein Spiel. Warte mal, geh weg. Gute Nacht. Mit dem Corona-Spedis. Geschwister. Ich hab's so ein Ding. Gewehrt ist nicht so ein Ding. Ja, ja, doch, ist es Zombie. Wer ist Zombie? Du bist Zombie, weißt du? Nein, ich bin der Schein. Ich bin German Let's Play. Ja. Nein, nein, Spaß. German Let's Play ist viel cooler wie ich. Nein, nein, das ist ja rum. Brum, brum, Auto. Ich finde, du bist viel cooler als German Let's Play. Das war hauptsächlich, weil ich... Pass, pass, pass. Komm, komm kurz her, komm kurz her. Ich bin unterwegs. Das musst du jetzt echt sehen. Das war, habe ich noch nie ein Video von German Let's Play gesehen, aber... Finde ich trotzdem cooler. Guck, guck, guck mal. Guck mal, was passiert, wenn ich dagegen laufe. Es passiert nichts. Oh mein Gott, das will ich auch sehen. Hä, äh? Oh, vielleicht habe ich auch die falsche Taste gedruckt. Na ja, ich glaube. Warte. Versuch mal einzuschneigen. Der hat mir den Ding aufgestoßen. Was? Was ist deine Lieblingsfarbe, Annika? Einmal für YouTube. Was ist denn ernst? Was denn? Was denn? Dein Ernst? Was denn? Das war meine Heißerscheibe. Was denn? Was kostet Geld? Schwarze Mann. So, das war voller Absicht, weißt du. Pass jetzt auf, hör auf. Komm mal auf, schleiche. Ich nehme einfach schon fast eine Stunde auf und ich merke das einfach nicht. Oh, da warst du eine Stunde fast. Ja, 49 Minuten. Oh, das ist doch. Ja, mit dir vergesse ich halt immer die Zeit. Ja, und ich bin hier ja. Und so, jetzt fahren wir ein Auto. Du hast da was an der Hand. Ich? Ja. Du, das so, oder? Bye. Oh mein Gott, das Bum-Bum-Laden. Nein, das müssen wir nicht. Ich bin nicht angeschnallt, Anikad. Du kannst nur fahren, wenn ich nicht angeschnallt bin. Oh mein Gott, wenn du nicht angeschnallt bist du durch die Menschenstelle rausfliehst, die nicht existiert, wäre dann egal. Ja. Leute, versteht ja, warum ich sie so mache. Was denn Leute? Wo bist du? Halt's auf dich. Ja. Das ist einfach was explodiert. Kinder und euch, ihr macht das jetzt nicht nach. Hä, warum müsst ihr hier hin? Ich dachte, du wirst du was machen. Der hätte einfach den Finger in die Tür. Hä, nein. Bei mir ist er auch so auf der Tür. Bei mir hält er ihn in die Tür. In die Tür. Guck, alle haben vor dir Angst. Ich zeig doch nur den Stinkefinger. Was wollt ihr denn hier? Guck. Selbst der hat vor dir Angst. Du, dich, weil ich ihn gerade im Auto angefahren hab. Der klebt auf dich. Bist du sauer? Bist du sauer, Herr? Bist du sauer? Ich glaub, jetzt nicht mehr, ne? Du. Du. Fisch dich. Ey, du da, gib mir nur Munition. Oh mein Gott. Ist das... Ja, dass der Panzerfrau haben will. Oh, ich hab ja kein Geld mehr. Smart. Das ist Smart. Das ist mein Sturmgewehr. Smart. Oh, ich hab ja... Ist es gut, dass ich gerade da oben einen Minusbetrag hatte? Das ist mein Sturmgewehr. Und nachher... Wenn ich nicht mehr in den Waffennamen reinkommen, weil dieser Scheiß... Ding explodiert ist. Du. Ich erschieß dich. Hey, der. Hey, ich hab kein Geld mehr. Mein Sturmgewehr. Du bist so tot. Und ich komm nicht mehr in den Waffennamen rein. Juhu. Und ich war erst. Los, mach ich fertig. ум businesses vielleichtig ist. Was hier was magst du? Triff mich hier einfach ab. Du bist der schaden. Die Richter tut mir Leidesbaum nicht abver posição. Du hast du nachher die Schäden. Gut. Du hast uns erschlagen. weil ich meine Absicht für Absicht weiß nicht, ich mach, hier. Autsch. Der hat einfach meine Waffe weggeworfen. Der hat meine Waffe weggeworfen, die arme Waffe. Naja, wir sind nur fünf unterwegs in Munition. Wie kann man mit der Polizei interagieren? Gar nicht, glaube ich. Doch, normalerweise kann man mit der Polizei reden oder ich will nicht gegen die Polizei rufen. Nein, das war nicht... Ist das eine Kirche? Ist das hier eine Kirche? Ich sammle einfach Eiskalt in Munition. Ich habe keine Religion. Schießt auf die Kirche. Soll ich dir helfen, Annika? Nein. Ich glaube, du brauchst Hilfe, nicht ich? Wieso, ich habe einen Stern? Ja, ich brauche keine Hilfe, ich habe einen Stern. Wir haben eine Person. oder was hier ist, da können wir diese Zeit ohne die Gälder zum Norden und Munition und Geld er ist auch mal die Munition nein, einer hat Geld Geld gegeben nein, Hubschrauber Hallo, what can I do? ja, ich bin kaputt haha wollen wir ne Kirche springen? du hast aber Geld gedroppt Anika, du bekommst mich ein Highlight für mich ihr müsst so viel eurer Männer veropfern unheilige unheilige Einstellung, warte, ich tu mal kurz Tastenbelegung kann man mit den Leuten reden? Junge, ganz ehrlich ich wollte den Hydranten kaputt machen, oh nein, drei Sterne, drei Sterne, ab ins Feuer ich steh ins Feuer und wir, äh, ja, boah so, mein Ziel ist erfüllt Hydranten gesprengt wie sich das anhört so, also wenn du jetzt das wachst du mich jetzt umzubringen ich kill dich 30.000 Euro ich schieße mich rein ich schieße mich rein Tattoos ne, Sans hat keine Tattoos ne, Sans hat keine Tattoos ne, Sans hat keine Tattoos Junge, geh doch jetzt weg Junge, lass es tut mir leid Reiner, das ist ein cooles Auto kommst du mit? nein die schießen auf mich und fragen, wo ich bin tschüss warum ist mir das Symptome schon wieder zerstört? ach so, das ist deine? es ist nicht dein Ernst ne, ich wollte nur, ich war das nicht, ich war das nicht nicht dein Ernst nicht dein Ernst was ist mir ich bin ich bin dumm und lehnlich ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ey, Junge such dir Hobbys du hast mir Geld geklaut bei Geld heute Freundschaft auf nein, bei meinem Auto nein, bei meinem Auto die Hube ist bei meinem Auto wer soll meine Anika das ist nur eins spiel also Jajajaj hör auf so dass da ist ich ich mach nur die Autos kaputt ist zu tja ich mache halt lieber chinese na wenn du mir wenn wir ein sein möchtest dann so wie ich es mag sprengmeister sprengmeister sag ich doch letzte haftbombe damit muss ich etwas cooles in die luft jagen annika komm her unterstehe ich muss was cooles in die luft jagen ein auto nein ein brennendes auto bleibt mal ganz kurz stehen okay einen moment ein automat so jetzt mein leben steht schon vertroffen ich habe das gefunden nein acht bank kaputt tot gibt zwei kinderfreundlich und jetzt wirst du mich nicht mehr schütten weil ich habe das ist mein dänisch um ein ohne minuten warten danke bitte ich brauche ja dann so lange eine andere beschäftigung komm ich kann billiards spielen das sieht mich nicht ich bin die fertigstehen wie nein knapp hoi jäh ich mach's kaputt hey lass mich das erste mal kaputt machen Anika mein Dr. Dienste 3-Dienste dann muss ich hätte geschützt auffahren nehmen es nicht an der Wut des Dinges das war schon dass man auch kaputt ist ich mache es nicht in die Verschwein gerne Dinge kaputt wo ist das Ding er hätte können mitzune auch mehr ist das nicht auch geiler 50.4 ich war nicht und mich jetzt erschießt so ist ziemlich dreimal aus dem grund bei immer aus wie es gemacht wird das ist nicht in Ruhe auf dem Buch damit hier sind eben nur in die Luft jagen kannst wir sind immer ausgefahren der da die 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 uns jetzt kannst du es auch in die Luft sprechen ich hab nichts mehr zum bumbum machte etwas kaputt schreiz und vielleicht gehe ich so als wenn ich mich hier zusammen wäre also ich bin einiger aber glaubt es glaubt es nicht ich mag sie nur mit auch zu meinen Bunker mein Bunker ist auch da wo deiner ist ja nämlich auch stark an die die ich mein Bunker ist hier vorne ja ja ich hab das schon alles durchgemacht ja 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 mein Waffenproduktion war es bereits glaub ich wie geht das eigentlich keine Ahnung ich war ja schon eine Ahnung aber ich muss davon nicht ja äh mein Truck Ding fehlt die Motorhaube auf in unseren Bunker schräg schräg meinen Bunker das Ding kann ich in meinen Bunker das Ding kann ich in den Bunker gut dann auf nach Hause nein 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 was du musst mit in meinen Bunker ja wo bist du in den Bunker du musst klingeln hallo was macht ihr hier Pause du musst noch arbeiten Annika die Sklavenhalterin kannst du mich nicht auch einladen weil ich glaub ich geh rein anstatt bei dir zu klingeln anstatt bei dir zu klingeln Annika ja kannst du mich nicht auch einladen nein kann ich nicht ja ich glaub ich doch kann ich oh mein Gott bei mir steht Ware ja ich geh noch bei mir rein ja Laptop schlagen Laptop schlagen Laptop schlagen wo ist mein Trinkchen hin Annika ich werd zur Folie wenn ich mein Trinkchen nicht bin dachte ach nein nein das ist nicht Otto verreckt nicht ihr seid mal Arbeiter ihr müsst noch sehr viel Arbeit machen vor euch liegt noch sehr viel Arbeit meine kleinen Kinder bei Annika wird das selbst Sklavenhalterei ja ja sie wollen fressen ja ihr kriegt Fressen wenn ihr eure Arbeit gemacht habt bei Annika wird selbst Sklavenhalterei lustig ja ach kannst du mir einladen warte ich komm kurz raus und dann Achtung da liegt ne Haftbombe wenn ich deine hätte ich komm ganz kurz raus zu dir und dann kannst du sehen dass ich dich mitnehmen komm oh Gott ich will komm so Lebenstraum schon wieder erfüllt ich bin neben Annika mal gucken ob meine Hucke auch in dem Haus funktioniert ich finde die Hucke lustig ja 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 Wir gehen Auto fahren. Guck, die zwei, die machen voll die Pause. Wir gehen auf den Rummelplatz. Wir gehen auf den Rummelplatz. Spongebob ist einfach genial. Guck mal, da steht Ware. Und da ist ne Wand. Und hier ist mein Kreisel. Ist das da auf ne Wand? Ist das da ganz vorne auf ne Wand? Ja, ich glaube schon. Cool. Wär auch ne Wand. Ja, WhatsApp-Web meldet sich zum Dienst. Und wir, ich und Annika verabschieden uns hier im Kreisel. Tschüss Leute. Tschüss.